Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und Willkommen zu meinem Unboxing des neuen Flaggschiffs aus dem Hause LG, dem G2. Wir machen einfach mal die Verpackung auf und sehen natürlich oben das LG G2, das wir zunächst mal zur Seite schmeißen. So, dann nehmen wir diesen komischen Halter-Dings da raus, darunter finden wir noch so eine kleine Absperrung und dann ein bisschen Lesekram. Nicht viel, nichts Wichtiges, aber gut für den Kamin. Darunter natürlich das übliche Einpark-Kopfhörer und zwar die Quad B2, heißt die zweite Generation und die soll noch einmal ein ordentliches Stück besser gewesen sein. Die erste fand ich schon extrem gut, dazu ein modulares Netzteil, also einmal Datenkabel und einmal das Teil für die Steckdose, entweder zum schnellen Laden oder nur das Datenkabel zum Synchronisieren mit dem PC und natürlich können wir auch Daten damit austauschen. Kommen wir zunächst mal zum ersten Eindruck des Geräts. Das Gerät ist groß, aber nicht zu groß, es liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Es ist mit einer Polycarbonate-Rückseite bestückt, das heißt es fühlt sich nicht unbedingt sehr, sehr hochwertig, aber auch keinesfalls billig an. Außerdem ist sehr interessant diese Rear-Key-Steuerung. Was daraus wird, gucken wir noch zunächst mal zur Front. Unten finden wir nicht viel, nur ein LG-Logo plus LG-Schriftzug, ein großes Display, das wir uns gleich anschauen, und Frontkamera, Licht- und Annäherungssensor, natürlich auch eine Hörmuschel und eine Benachrichtigungs-LED. Auf der Rückseite finden wir diese Struktur, finden einige Kennzeichnungen, ein LG-Logo und dann den Hauptbestandteil, den Rear-Key. Bedeutet, wir haben eine Kamera, 13 Megapixel und eine Segel-LED, aber wichtig vor allem die Laut- und Leiser-Taste, sowie die Ein-Aus-Power- bzw. Kamera-Auslöstaste. Echt interessant und gar nicht mal so unintuitiv. Gefällt mir wirklich ganz gut. Haltet mal euer Telefon ans Ohr und tut, als würdet ihr telefonieren. Ihr werdet merken, dort ist der Finger. Links gibt es den Micro-SIM-Karten-Slot und ansonsten nichts. Auf der Unterseite ein Micro-USB, zwei Lautsprecher und einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der sechsten Seite gibt es ebenfalls nicht viel und auch auf der Oberseite finden wir nur ein zweites Mikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung. Alles andere, alles Wichtige haben wir ja auf der Rückseite. Apropos, dort finden wir das verrückte Muster, die Rear-Key und die 13 Megapixel-Kamera. Wie schon erwähnt, wir starten das Gerät mit einem Drück auf die Ein-Aus-Power-Tasten und wären das noch ein paar interessante Spezifikationen für euch. Im G2 steckt ein Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor mit 2,26 GHz und eine Qualcomm Adreno 330 GPU. Dazu kommt ein interner Speicher von 16 oder 32 GB, 2 GB RAM und ein 3000 mAh starker Akku sowie Android 4.2.2 Jelly Bean und natürlich die Optimus UI. Richtig spannend wird es mal bei 5,2 Zoll IPS-LC-Display mit Full High Definition, also 1920x1080 Pixel. Das sind 423 Pixel Winch und schaut euch mal bitte diese Biesel an. Also rechts und links gibt es nun wirklich kaum noch einen Rahmen. Das Display ist, man könnte fast schon sagen, fast komplett auf der Vorderseite, also fast schon randlos. Sieht extrem genial aus, genau wie das Display an sich auch. Tolle Farben, absolut scharf, geniale Blickwinkel, alles wirklich sehr, sehr gut. Für den Entsperrvorgang gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder drücken wir den mittleren Rear-Key und damit stapeln wir das Display oder wir tippen einfach zweimal irgendwo auf das Display. Das Ganze nennt sich Knob-On. Funktioniert wirklich gut, wenn man es nicht irgendwie komisch in der Hand hält. Und ja, somit kann man das Display ebenfalls aufwecken. Kurzer Blick auf die Software. Dort gibt es einiges zu sehen. Wir fangen mal mit der Statusleiste an. Und dort gibt es, wenn ihr mich fragt, sogar ein bisschen zu viel zu sehen. Toggles, Q-Slide-Apps, Helligkeit und natürlich auch noch Benachrichtigungen. Sogar das Profil können wir hier einstellen. Gehen wir mal in die Einstellungen, wenn ihr schon dabei seid und schauen, welche Android-Version vorinstalliert ist. Telefon-Info, dann geht es weiter mit Software-Informationen. Und wir sehen, vorinstalliert ist Android 4.2.2 Jelly Bean. Ja, haben wir auch das gesehen und schauen einmal kurz weiter. Und zwar haben wir natürlich noch ein bisschen mehr zu entdecken. Wir können zwischen Home-Streams und einer Wisch-Geste hin- und herwischen. Absolut flüssig, genau wie die Pinch-Studium-Geste für die Übersicht aller Seiten. Wir klicken uns unten mal die verschiedenen Apps an. Zurück, Home und natürlich Menü. Im App-Draw haben wir 5x5 Applikationen pro Seite. Der Wechsel zwischen Anwendung und Widgets funktioniert genauso leicht wie der Wechsel der einzelnen Seiten in der jeweiligen Kategorie. So, gehen wir auch hier einmal raus, und zwar indem wir uns eine App festhalten und diese platzieren wollen. Das geht natürlich so, wie wir es gern hätten. Und wenn wir sie irgendwo ablegen und dann länger gedrückt halten, dann können wir den Icon umgestalten. Und zwar so, wie wir es gern hätten, ein bisschen größer oder ein komplett anderes Symbol. Sehr, sehr individuell. So ist die Optimus UI. Halten wir irgendwo den Finger für eine Sekunde hin, können wir das Hintergrundbild ändern, Apps oder Widgets hinzufügen. Halten wir die Home-Taste für eine Sekunde gedrückt, sehen wir alle laufenden Anwendungen. Ziehen wir die einfach nach oben, haben wir die Wahl zwischen Google Now und Quick Nemo. Das wir zum Beispiel vom Aging Optimus UI kennen. Das war's. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.